Holen Sie sich die effektivste Sportart, Rudern, die Kraft- und Ausdauertraining wie keine andere miteinander vereint. Jetzt mit dem revolutionären Kendox Rowshaper, direkt zu sich nach Hause. Rudern mit dem Kendox Rowshaper, trainiert über 80% all Ihrer Muskeln im Körper gleichzeitig. Damit wird der Rowshaper zu einer absoluten Fettverbrennungsmaschine, mit der Sie in kürzester Zeit den attraktiven Traumkörper bekommen werden, den Sie sich schon immer gewünscht haben. Das geniale Monopedal des Rowshapers hält Sie stets in der richtigen Sitz- und Körperposition und ermöglicht so ein gelenkschonendes, stabiles und verletzungsfreies Training. Der Hydro-Resistor bietet ganze 12 Intensitätsstufen und in Kombination mit den drei Neigungswinkeln sogar bis zu 36 verschiedene Trainingsintensitäten. Der Rowshaper ist so leicht, dass er sich nach dem Training einfach zusammenklappen und verstauen lässt. Egal ob Sie Bewegungs- oder leichtes Aufbautraining in Ihren Alltag bringen möchten, überschüssiges Fettverbrennen oder zu einem sexy straffen Körper gelangen wollen, mit dem Kendox Rowshaper ist all das jetzt möglich. Verpackt in nur einem einzigen flüssigen und gelenkschonenden Bewegungsablauf für den schnellen Trainingserfolg in nur 20 Minuten pro Tag. Volle Kraft voraus zu Ihrer persönlichen Bestform.